Wagen, mich zu veräppeln, ja? Und was schämt hat, ja? Hier schon wieder. Wie kannst du uns wagen, so wie ein Stück Scheiße zu benutzen? Warum kannst du uns so benutzen? Also es reicht mir wirklich mit dir, ja? Du, ähm, einkaufsverfressener Dude, ja? Also es reicht mir echt mit dir. Wir wollen nicht zu Mandeln werden von dir, okay? Wir wollen dich nur zur Vernunft bringen, deswegen werden wir dir auch dauer machen. Halt einfach die Schnauze und hau einfach ab, ja? Verkohlter Magen, ich liebe diese Musik auch so sehr, ne? Von diesem Bosskampf, ne? Richtig gut. Ich merke auch gerade, dass ich echt ein guter Jokovac-Spieler geworden bin. Weil ich... Ich kenne mich jetzt ein bisschen mehr aus vom Spiel. Zumindest. Ja, ich kenne mich ein bisschen mehr aus. Und das ist ganz gut, okay. Hier gibt es irgendwie eine Fleischphase. Und auch ein Tats-Screen, aber egal. Ja. Ich mache, wie gesagt, gerade das hier, deswegen nicht wundern, warum ich hier unten irgendwie Scheiße mache. Nein, ich mache hier unten diese schöne Minispiele hier immer, die so cool gemacht wurden. In diesem Spiel. Genau. Warte, warte, warte. Zack, zack, zack. Au, au, au. Ja, ja, unbedingt muss der hier Mann ja was machen, weil ich glaube, der die Bane hat am meisten was drauf. Wegen Angriff und so ein Scheiß halt. Egal. So. Aufgeladen und du machst mal deine Ecke. Okay, Rand. Komm, geh mal flöten, okay? Äh, äh, die sind beschadet. Die klingen so beschützt. Ähm, habe ich irgendwo so eine, ähm... Genau, sehr schön. Ich brauche Seelanzeige wieder. Für diesen guten Kulti. Wenn es geht. Geht nicht? Ähm... Es geht, doch, 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 es geht. Ich wusste gerade nicht, wie es geht, aber es geht auch wieder. Es ist alles gut. Ähm, ich würde sagen, du machst mal das, genau. Und wir machen das, genau. Donut essen, Donut fressen, Donut fressen, Donut fressen. Ich liebe überall, alles, übrigens auch Donuts. Ich meine es wirklich ein, ich liebe überall Donuts. Ich habe keine Chance mehr, zu flüchten, leider. Egal. Sorry, ne? Sorry. Kulti. So. Ich würde sagen, ein Soft-Eis geht immer. Ein Soft-Eis geht immer, würde ich sagen, weil Soft-Eis sind so, so immer lecker. Ich liebe die auch immer so sehr, die Soft-Eis. Mit einer Waffel drin. Ist einfach immer lecker, ist einfach immer lecker. Zumindest, ich finde es lecker, und ja. Ich kenne viele, äh, ich kenne viele, die auf jeden Fall viel besser normales Eis finden. Aber ich finde es super, wie viel, tatsächlich. Ähm, ja, Soft-Eis ist besser, weil ich finde diesen Geschmack einfach nur sexy. Und ich finde einfach nur unverwechselbar lecker. Okay, jetzt, macht, jetzt macht der Leolingo auch mal ein Deal, okay, wenn es geht. Schönen Dank auch. Schönen Dank, dass du mir auch mal hilfst. Leolingo, vielen Dank, ihr lieben Spanien. Vielen Dank. Und du bist mal darunter, okay. Genau, sehr schön. Er ist fast am Verrecken. Gezahmt. Aufpassen. Genau, schöne Eisens gesammelt auf jeden Fall. So muss es doch sein, ihr Lieben. Aufpassen. Der ist doof, weil er sich, äh, okay, jetzt, aufpassen. Ich würde sagen, ähm, keine Sache mehr essen jetzt. Aber ich kann nicht, ich kann nicht, ähm, angreifen. Wie gesagt, ne, und Lucille geht gerade nicht. Egal. Ist alles gut. Hm, ja, 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 ja. Ich glaube, jetzt geht es wieder, ihr Lieben, oder? Ich verstehe das Spiel so nicht so gut, deswegen, sorry. Ich muss das Kamen-System erst mal so ein bisschen kennenlernen, weil ich das Kamen-System noch nicht richtig verstehe, ne? Weil manchmal, könnte ich auch nicht angreifen, weiß ja gar nicht warum, aber es geht nicht. Kann man da was gegen tun, oder muss man einfach warten, ich weiß es nicht. Ach, egal. Ich glaube, es schaffen auch so, oder? Ich weiß nicht. Zur Sicherheit halte ich jetzt mal den guten Koti. Genau, bitteschön. Okay, ist alles gut. Äh, äh, okay. Ich glaube, es schaffen auch so locker, oder? Ich denke schon, ihr Lieben. Okay, jetzt kann man auch wieder angreifen, guck mal einen an. Sehr schön, wir können wieder angreifen, wir besiegen ihn, okay? Ich glaube, genau. Besiege ihn, Mensch. Verschimmel in deinem Magen. Verschimmel einfach in deinem Kopf. Verschimmel einfach. Verschimmel einfach. In deinem gesamten Körper. Oh, ich habe es gut gemacht. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Kampf so gut gemacht habe. Ich habe sogar im Endeffekt geguckt. Und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht. Ich habe es niemals, weil ich so schwach bin. Aber, mein Team ist wohl doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich bin wirklich gerade richtig zufrieden, dass ich diesen Mauskampf gut geschafft habe. Ich bin richtig happy, ey. Ich bin richtig happy, dass ich diesen coolen Kampf so gut gemacht habe. Ich dachte halt echt, dass ich mehrere Versuche brauche. Aber nee, ich glaube, das war nicht. Gut. Nicht doch. Es macht immer noch weiter. Sag jetzt nicht, ob der noch einen Kampf macht. Wenn er noch einen Kampf macht, gibt es Ärger. Alles klar. Wir müssen einfach weiter auf ihn einschlagen. Hoffentlich macht er jetzt nicht noch einen Kampf. Ich wäre echt sauer auf ihn. Wartet. Warte mal. Bitte eine Sekunde. Wartet. Warte mal bitte eine Sekunde. Ich brauche eine Pause.